Oh, ich verkaufe irgendwas. Ich will mir das aber mal holen, weil ich hier bin. Äh, ne, das verkaufe ich nicht. Ah, ich weiß nicht, was ich verkaufen soll. Wissen wir ja, ne? Es ist schwierig. Ihr Sohnsschrott zum Beispiel braucht auch keiner. Null Grit, null Beuteschance. Weg damit. Ja, und schon habe ich genug Geld. Problem gelöst. Kann ich nicht verkaufen, weil es mein Bio-Gefahr-Ding ist, klar. Auch wenn es unnötig ist. So, jetzt holen wir uns das Teil mal aus Spaß an der Freude. Oh, warte. Aber dann noch was ausgewiesen. Vielleicht kannst du was gebrauchen. Ah. Ach so. Weil sie gerade verkauft haben, wa? Und andere Dinge. Ich muss das eigentlich nur ganz oben gucken, wo die ganz wertvoll sind, die Teile. Aber es ist für Rüstungszeug, oder? Ah. Ne, Nahkampf-Teile sind das tatsächlich. Oh, das ist aber auch ein ordentlicher Bonus. Komm mal hin. Meine Kleider schade ist maximal ein bisschen geringer, aber dafür ist minimal viel höher. Plus, äh, Durchdringung steigt ein wenig. Das hier hat einen hammerkrassen Schaden obendrauf. Das Heft. Warum auch immer. Das sieht doch nichts aus eigentlich, ne? Ah, ne, ich weiß nicht. Komm, das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ich gehe nochmal fix zur Werkbank zurück. Oh, Mann, ich bin schon hier nur am Basteln hier. Das gibt's doch gar nicht. Ah, ich kann das hier nicht machen. War ja klar. Du musst zuerst deinen Schrott aufstocken. Ja. Kann ich hier natürlich auch hier Zeit machen. Äh, war das hier gewesen? Ne, ich glaube, bei Herstellung war das, oder? War ich zu zerlegen? Ne, wo kann ich das denn zerlegen? Nimmertal? Ah, hier kann ich alles Mögliche zerlegen. Auch das bräuchte ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr, weil das so... Ich meine, ich habe ja meine Sachen schon alle modifiziert, ne? Komm. Das hast du verschrottet. Ja. Ich weiß. Danke. Das sollte nützlich sein. Das ist halt das Ding. Ich kann so viel verschwächt. Ich hätte eigentlich von vornherein immer alles verschrotten müssen und keine Ahnung was. Oder verkaufen. Na, verkaufen weniger. Das kann ich ja mal... Ich Geld mache jetzt seit... Zack, zack ist... Hallo? Na. Nicht so das Problem. Aber jetzt muss ich theoretisch so viel verschrotten, um auf die Ressourcen zu kommen, die ich brauche. Sonst hättet ihr eigentlich schon, idealerweise. Aber sowieso, ich habe ja im Prinzip die ganzen guten Sachen bereits in meine Rüstung verbaut. Das heißt, wenn ich die wieder haben will, baue ich sie wieder raus. Äh, ich glaube, ich bekomme sie wieder. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und dann wird das ja gelöst, das Problem, ne? Die ganze Bedingung hier fand ich eigentlich auch verschrotten komplett, weil ich will sie sowieso nicht benutze. Ich habe auch zu viel davon auch. Ist ja auch bekannt. Zack. Ich meine nicht, dass ich jetzt tatsächlich das Ding auch aufwerten will, aber ich will noch ein bisschen mehr Schrott haben. Das sieht aber schöner aus. Und... Wird auch künftig ein bisschen übersichtiger sein. Aber ich weiß ja auch, dass ich das allgemeine Upgrade und so weiter... Es gibt hier nur sehr wenig, was wirklich was wert ist. Also... Tatsächlich hiermit viel Wert noch ein bisschen besser jetzt endlich als andere Dinge. Und ich habe ja lange geguckt und verglichen. Und es gibt einfach nicht viel, was ich nutzen kann. Was wirklich gut ist. Und ich kann davon echt das allermeiste weghauen. Das ist einfach Tatsache. Und... Das sollte ich auch einfach mal tun. Und wenn es ja wirklich sehr wenig Sachen gibt. Ich meine, ich kann immer noch nicht das Ding herstellen mit den 50, 40 Punkten überall drauf. Wo ich gerade noch viel verschrottet habe schon. Das dauert auch so eine Zeit. Deswegen meine ich ja jetzt von vornherein immer so machen müssen. Dann hätte ich den Stress jetzt nicht so. Aber nun ja. Was will man machen? Und das Lustige ist, ich brauche es ja sowieso nicht. Also ich brauche es tatsächlich nicht. Ich kann das machen, ich muss es aber nicht machen. Das bräuchte alles noch. Kann ich nicht verstrotten. Dann kann ich direkt Waffen zerlegen. Aber auch das gibt nur... Geräusche immer. Gibt nur sehr wenig Material, also nicht mehr als das andere auch dazu. Obwohl ich die ganze Zeit auf Waffen zerlege und nicht bloß irgendwie Kleinigkeiten. Wir brauchen so einen Quatsch hier, ganz ehrlich. Ist doch nichts wert. Ist doch alles schwach. Diese behalte ich mal noch nebenbei. Weil... Ist halt mit Spezialdings versehen. Berlin tue ich nicht, kann ich komplett weg. Das ist Mist, aber egal. Das habe ich gerade erst verstanden. Das ist auch gut. Das behalte ich logischerweise auch. Ja, weg da mit der Axt. Ach, lächerlich. Das ist auch hammermäßig, ne? 7000 im Verkaufswert. Oder warte, 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 warte. Nee, das ist mein aktuell gekauft. Das hieß, es ist immerhin doch teurer gewesen. Das heißt... Die ist hier unten. Kann auf jeden Fall weg. 1, 1. 1 und 1, 6. Ja. Eindeutig, ne? Und hier ist 4 und 10. Hier ist ein 5 und 5. Ja, gut. Aber ich werde das sowieso nie irgendwie hochleveln. Das ist außer Frage eigentlich. Wann soll ich sowas tun? Ne? Ich merke es selber. Das passiert mir schon nicht. Na? Ah. Ich hätte gerne Optionen, um... ...schläche Sachen ab einem gewissen preisweit sortiert, ...automatisch zu verschrotten. Das würde auch einiges beschleunigen. Mist. Ich habe mich vertan gerade. Nö, habe mich vertan. Wo war ich denn gerade? Hm. Mist. Da war ich. Zack, zack. So. Das kann tatsächlich weg. Das ist null. Das ist nicht gut. So. Herstellt. Ich will mal was herstellen. Trotz alledem mit... ...nem... ...zwar das Typ wie dem hier. So. Nur so aus... Warte, das war einhändig. Nein. Verwerfen. Nicht herstellen. Draufbasteln. Auf den hier. Ah, mein Katana. Hm. Ach so. Deswegen habe ich es noch nie gemacht. Äh. Kannst du alles zerschneiden. Aber hier habe ich ja meinen Bonus drauf. Das weggegeben wäre also doof. Ich mache eine neue Waffe damit. Alle Materialien für was besonderes. Ah ja. Habe ich wohl. Hast du ja auch nicht per C ganz gut. Ich werde recht oft getroffen eigentlich. Ah ja. Ist egal. So. Ich kann auch nur mal viele Dinge reinbauen hier. Was ganz billiges. Ich will jetzt nichts Großes draus machen. Ich will nur gucken, ob ich generell den Basistyp von dem auch erhöhen kann bei der Werkbank. Das ist so mein Hauptanlieg gerade. Habe ich ein Basis... Ach so. Aber man sieht, es wird keiner... Keine große Anbauwaffe hier offensichtlich. Das war es schon. Nur drei Typen oben drauf. Ist vielleicht gar nicht mal so geil. Hm. Das ist glaube ich trotzdem stärker als meine jetzige Katana-Waffe. Äh. Nein, nicht ausrüsten. Warte. Äh. Hier. Zack, zack. Hallo. Weg damit. So. Ja. Ist stärker. Hat ein bisschen weniger gekriegt natürlich. Das ist sehr viel langsam. Angrisstempo. Aber für zwei sehr schnelle Sachen hier. Aber ich wollte hauptsächlich wieder wegen der Sache gucken, ob ich das jetzt hier hocharbeiten kann. Nein. Okay. Das Basismodell wird so oder so nicht besser. Das ist sehr schade. Heißt, ich würde echt gute Basismodelle finden. Das heißt, ich brauche keine gute, mega mäßige Waffe, gute Waffe drum aufzubauen, um Level 3, denkst, wenn es da... Ich weiß gerade nicht, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel... mit Level 7 Maximum. Das ist natürlich das Geile, was man haben will, ne? Darunter muss man jetzt aufbauen. Und vielleicht geht es ja da auch auf 12 hoch. Möglich ist das. Ich kann es nicht verbessern, manuell. Deswegen weiß ich es nicht genau. Ja, ich weiß es echt nicht. Aber so oder so sollte ich hier das eine oder das andere vielleicht doch tatsächlich mal verbessern, ne? Ich bin mir nicht sicher, bekomme ich jetzt nichts mehr als, nicht mehr als 99, weil jetzt so sehr komisch aussieht, aber jetzt am Ende Sachen verschrottet, habe ich nichts bekommen dafür. Ich weiß es nicht genau. Theoretisch sinnvoll, wer hat sich hier jetzt aufzugreiten, ist keine Frage. Aber dann ist hier auch Schluss, ne? Und so viel mehr Schaden macht das hier auch gar nicht. Oh, vor allem, wenn ich jetzt upgrade, und ich dann Teile austausche, kann ich dann wieder upgraden? Das weiß ich auch nicht genau. Ich mach hier einfach, weil ich, das ist einfach viel mehr Schade, der dabei rauskommt. Ja. So. Und guck einer an, der nächste gibt auch nur wenig dazu, komischerweise. Ähnlich wie beim anderen. Da kommt auch nicht mal so viel dazu. Egal. Egal. Nein. So. Beides besser als das jetzt. So ist es dann halt. Ich hätte trotzdem gern ein anderes Basisteil. Und ich hätte vor allem sowas hier für meine, nicht Dingens, sondern für meine, für meine Nachtrüstung noch ganz gerne. Ah. Gibt es noch so eine Werkbank? Für Rüstungen? Das ist natürlich hammergut, wenn es da auch noch ginge. Ich hab hier so viel rumgeblühtet hier und ich will erreicht tatsächlich. Aber was soll's? Ist halt so. Ihr wisst ja, das gibt alles dazu. Hey. Nein, danke. Nix drin. Hier kommt doch auch nichts mehr. Da warst du nicht wieder oben. Ich könnte höchstens noch hier rechts lang gehen. Aber ich glaube, hier gibt es auch kein Haus. Oh doch. Hier ist auch noch was. Okay. Nichts geht über das Licht. Doch. Dunkelheit. Punkt. Blödmann. Ach, jetzt auch nochmal drauf. Oh, das mein Verhändler. Ein Verkäufer. Klamotis, ja. Na ja, ich mach mal. Oh, ist die teuer. Oh, ist die teuer. Oh, ist die teuer. Und nicht hübsch. Hey, hab ich nicht so ein Teil gerade ausgerüstet? Ja, hat kreiserte Sachen dabei und auch viel Schrott, aber das ist ja klar. Aber ich bin da aktuell so gut dabei und ich muss da jetzt nicht nochmal wieder alles mögliche ummodeln. Das tut nicht Not. Das bleibt erstmal so. Trotzdem danke fürs Angebot und alles. Und da geht auch nochmal nach oben. Ach, was zum Teufel ist das? Saban. Größeres, äh, Hauptquartier hier, ha? Ich hab auch gerade leichte Orientierungsprobleme. Oh nein, eine Quest. Na, was soll es kommen? Hilft dir ja nix. Ich finde, na komm, da haben wir kein Ding. Irgendwann nebenbei nehm ich das mit. Ich hielt mir gar nicht erst durch, ob er sagt. Ist mir egal. Ich werde die Quest eines Tages am Wegerand mitnehmen. Das ist ganz unabdingbar eigentlich. Das passiert passiv. Jetzt runter, da war ich noch nicht. Oder war ich? Da war der Herr Kleidungssänder genau. Jetzt gehe ich hier und dann komme ich schon beim Ausgang wieder an. Ist das hier ein Eingang? Ne. Und dann, ach, hier ist noch was. Und dann dürfte ich mit dem Dorf aber auch durch sein. Und ja. Da gibt es sich offenbar, ah. Nichts für Umrüstungen zu verbessern. Irgendwie nicht schade, aber man brauche ich auch nicht alles übertreiben. Richtig, genau. So. Ah, meine Güte. So. Komm. Jetzt gehe mal der Weltenzerstörer-Fresser-Quest nach. War ja auch eine wichtige Sache und so, ne? Ihr wisst schon, um die Vernichtung der Welt aufzuhalten und so weiter und so fort. Wo ist der Torwächter? Lass mich, lass mich, lass mich. Grinndenden. Wee, oh fuck. Das hätte schief gehen können. Danke, lieber Begleiter. Fuh. Jetzt geht's ab. Hä? Oh. Rar. Habe ich ihn? Ich glaube schon. Ich konnte ihn leider nicht streicheln. Auch nicht ganz durchsichtig, warum ich jetzt mal gefangen kann und dann nichts machen kann und fangen kann. Keine Ahnung, was ist es lieber, was von der Farbe grün noch übrig ist. Meinst du, das ist bald nicht mehr da, hm? Welch tüstere Prognose. Was ist das denn da schon wieder? Das ist eine Gupo-Grotte. Toll. Klingt so, als wenn ich hier rein müsste. Denn Gupo ist ja mein aktueller Zielname. Aber ich komme hier nicht rein. Wird er bestimmt auch damit zu tun haben. Bestimmt. Oh, muss ich da über... Ist der komische Baum mal wieder, wo ich nicht weiß, was der bringt. Aber wir machen es. Zack, zack, zack. Hm. Ist der nächste Beides mal? Los, fang ihn. Na. Blatito Lemming. Auch da müsste ich theoretisch 1000 Folgen von mir selbst nochmal nachspulen. Aha. Und gucken, was die Dinger beim ersten Mal gesagt... Was dazu gesagt wurde, um zu wissen, was die genau bewirken. Das habe ich komplett vergessen einfach. Äh. Verdammt. Nicht nachgeladen. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Naja, was soll's. Wir werden es überleben. Der Gegner nicht. Also was ist. Völlig egal da. Runter, bitte. Runter, bitte.